Joachim B. Schmidt, in Küstennähe, Roman. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Dani Exner. Dieses Buch ist den Bewohnern von Isa Fjardar Bayr und Bolung Garvik gewidmet, die mich aufgenommen und geduldet haben, als gehörte ich dazu. Die See gibt, die See nimmt. Prolog Das Licht der Tranlampe warf tanzende Schatten an die Zimmerwand. Feiner Schneestaub hatte sich im Innern des Hauses bei der Eingangstür und den Fenstern angesetzt. Da, wo der eisige Wind durch die Spalten zog. Draußen wütete ein Schneesturm. Es war zwecklos, nach dem Arzt in Isa Fjardyr zu schicken. Bei dem Wetter über den Pass zu reiten, wäre Selbstmord gewesen. Bestimmt tummelten sich die Trolle auf der Passhöhe und versuchten, Lawinen loszutreten. Manchmal konnte man sie sogar brüllen hören. Oder war es der Wind, der an den Häusern rüttelte? Die Kinder, drei an der Zahl, hielten sich die Ohren zu. Auch der Tierarzt steckte auf einem Bauernhof etwas abseits des Dorfes fest und musste dort ausharren, bis der Sturm vorbeigezogen war. Das konnte dauern. Die Kinder beobachteten die gespenstischen Schatten an der Zimmerwand, der Schatten des Vaters, der über dem Bett tanzte, als wäre er auf hoher See, der Schatten des Bettes sein Boot. Die Geburt war schwer und zog sich über Stunden hin. Die Mutter ertrug die Schmerzen, bis sie schließlich das Bewusstsein verlor. Der Vater fluchte verzweifelt, doch er wusste, was zu tun war. Das Kind musste raus. Die Mutter verlor bei der Geburt viel Blut, das ganze Bettlaken hatte sich vollgesaugt, und als der Wind sich legte, war sie tot. Das Kind jedoch lebte. Am nächsten Tag machte die Neuigkeit die Runde im Dorf, obwohl der Schnee stellenweise zwei Meter hoch lag. Der Gemeindeschreiber von Südür Eiri trug den Namen des Kindes in diesem frühen Winter 1904 sorgfältig und in geschnörkelter Schrift im Geburtenverzeichnis ein. Ger Thrydür Thorsteinsdottir Das winzige Fischerdorf war in den Westfjorden Islands zu finden, fernab vom lebhaften Treiben Europas, den Unruhen in den Afrikakolonien, den Kriegen in Asien. Am selben Tag trug er auch den Namen von Ger Thrydürs Mutter im Totenverzeichnis ein. Christ Björk Harferdottir Verstorben im Kindbett Das Kind würde seine Mutter nie kennenlernen. Der Gemeindeschreiber blieb noch eine Weile an seinem Pult sitzen. Er seufzte, dann nahm er die Brille ab und rieb sich die Augen. Es war nicht das erste Mal, dass er Tod und Geburt von Mutter und Kind verzeichnen musste. Ihm schien der kleine Flecken Erde am Rande Europas Gott vergessen. Die Menschen waren arm, viele lebten noch in Torfhäusern, die nichts weiter waren als in die Erde gebuddelte Löcher, zugedeckt von Schwemmholz und Grassoden. Das Wohl der Menschen hing vom Wetter und vom Fisch ab. Das Wetter war aber unberechenbar, und die Heringe sollten nur wenige Jahrzehnte später aus den westlichen Gewässern verschwunden sein. Gertrüðürs Vater Thorstein, ein tüchtiger Schafbauer, verlor in der Unglücksnacht nicht nur seine Ehefrau, sondern auch die Freude am Leben, den Funken, wie man sagt. Der einst so frohgemute Bauer wurde schweigsam und schwermütig. Er kümmerte sich kaum mehr um seine Kinder, doch man konnte ihn manchmal im Schafstall mit sich selbst oder mit den Schafenreden hören. Er sprach er zu seinen Kindern, dann meist um sie zu schelten. Er konnte ganz schön Ohrfeigen austeilen. Sowohl er als auch Gertrüðürs ältester Bruder John starben wenige Jahre später im Lawinenunglück von 1913. Die Lawine überraschte die Dorfbewohner mitten in der Nacht. Die restlichen Geschwister wurden, nachdem man sie lebend aus den Schneemassen gegraben hatte, bei diversen Verwandten untergebracht. Gertrüðür bei ihrem Onkel, der in Bolung-Garvik lebte, ein Hafenarbeiter. Damals erreichte man Bolung-Garvik nur über den Seeweg oder über einen gefährlichen Fußpfad. Gertrüðür verlor den Kontakt zu ihren Geschwistern und nach einigen Jahren vergaß sie deren Gesichter und deren Lachen. Sie sah sie nie wieder. Als sie 15 war, wurde sie unverhofft schwanger und musste auf Geheiß ihres Onkels abtreiben. Der Arzt sagte ihr, dass sie nie mehr Kinder bekommen könne, was vielleicht auch besser so sei. Er war ein guter Freund und Parteigenosse ihres Onkels. Derselbe Arzt, der es damals nicht zu ihrer Geburt geschafft hatte, wegen des Unwetters. Gertrüðür gab den Vater des Kindes nie bekannt, hütete das Geheimnis ihr ganzes Leben lang. Es schien auch niemand daran interessiert zu sein. Vier Jahre später starb ihr Onkel und Pflegevater an Tuberkulose. Gertrüðür vergoss bei der Beerdigung keine Träne. Im 21. Lebensjahr schien sich ihr endlich das Glück zuzuwenden. Sie verliebte sich in Pieter, einen schweigsamen Seemann aus Strandir. Zwar war er elf Jahre älter als sie, und er hatte eine Hasenscherte, die sich bis zum linken Nasenloch hochzog. Doch er behandelte sie mit Rücksicht und sie mochte seine freundlichen Augen. Bei den Leuten in den Fjorden war er beliebt, denn er war aufrichtig und tüchtig. Er war jemand, auf den man sich verlassen konnte. Der Kaufvertrag für ein kleines Häuschen, etwas abseits des Dorfes Bolungarvik, war unterschrieben. Die Hochzeit war für Mai geplant, als das Schicksal ein weiteres Mal zuschlug. Pieter fiel bei Sturm im Diub über Bord und ertrank. Der Kapitän des Schiffes überbrachte Gertrudur die schlimme Nachricht persönlich. Zwar habe man versucht, das Boot zu wenden, um ihn aus dem Meer zu fischen, habe ihm auch einen Rettungsring zuwerfen können. Doch die See sei zu kalt und wild gewesen, so dass sie ihn schon bald in die Tiefe gezogen habe, die See, diese verfluchte See. Sie gebe und sie nehme, brummte der Kapitän noch. Doch Gertrudur verstand ihn nicht, sie verstand nichts mehr. Dann trottete er davon, ohne sich zu verabschieden, der Kapitän, der sich auf dem Wasser wohler fühlte als auf dem Land. Denn es schaukelte das Land. Er ging, ohne sie in die Arme zu nehmen. Gertrudur stand bleich und zitternd im Türrahmen und sah dem Kapitän hinterher. Die Leute im Fjord sprachen noch lange über das Unglück im Diub, doch Gertrudur begegnete man mit vorsichtiger Distanz und beschämtem Schweigen. Die Seemänner hatten bei der Rettungsaktion ihr Leben riskiert, ein Wunder, dass sonst niemand umgekommen war. Gertrudur blieb in dem Häuschen, obwohl sie und Pieter sich bei der Bank hoch verschuldet hatten und sie das Darlehen nun allein abzahlen musste. Sie fand Arbeit im Hafen. wo die Fische an langen Holztischen verarbeitet wurden. Die Leute im Dorf sammelten für sie Kleider und Haushaltsutensilien, was den Bankdirektor gnädig stimmte. Er ließ sie in dem Häuschen gewähren. Zwei Jahre später stieg ein dänischer Fischermann, der mit seinem Boot im Hafen vor Anker lag, für eine Nacht zu Gertrudur ins Bett. Thorwald Larsen, hieß der Kerl, ein Mann ohne Wurzeln, ohne Heimat. Über ihn lässt sich in den Gemeindearchiven kaum etwas finden. Dem Geschlechtsakt ging ein Ball in der Gemeindehalle voraus. Bei Tanz und Unterhaltung wurde selbst gebrannter Schnaps getrunken, Landi, den man mit Limonade oder Milch mischte und nachdem sich selbst der Dorfpriester auf der Tanzfläche erbrach. Der Teufel höchstpersönlich müsse anwesend gewesen sein, sagten manche. Am nächsten Tag verschwand der dänische Seemann auf Nimmerwiedersehen und ließ Gertrudur mit fürchterlichen Kopfschmerzen zurück. Sie bemerkte viele Wochen lang nicht, dass sie ein Kind in sich trug. Man hatte ihr doch gesagt, sie könne nicht mehr schwanger werden. Das Kind war für sie Glück und Leid in einem. Nun würde sie nicht länger allein sein, doch keinen Vater zum Kinde zu haben bedeutete Ärger. Im Herbst 1926 gebar sie Steyn Grimür, genannt Grimür, in ihrem Häuschen etwas abseits des Dorfes Bolung-Garwig. Dem Bastard winkte ein ähnlich dunkles Leben. 1. Ich bemerkte die plötzliche Ruhe, das leise Klatschen der Wellen an der Bootswache, tiefstliche Ruhe, bei 827 gel Cenbo. Ich bemerkte die Kaffee,